So, heilen bitte. Hello. Ich glaube, die heilen einem nur, sobald man zu wenig gesurteilt hat. Und nicht so eine... Ach, ich habe eine kleine Schramme irgendwo. Das interessiert die eher weniger. Schützen sie die Panzerbesatzung und dringen sie in die Stadtteile ein. Ja, wie soll ich die denn schützen? Soll ich denen Fahrradhelme kaufen? Von allen Seiten schon wieder. Sauerei. Ach, hier sind sie. Ich habe hier mal verloren. Okay. Das ist schlecht, oder? Der kam ums Leben. Ja, toll. Ich muss mal eben laden hier. Der kann ja noch nicht ums Leben kommen. Meine Güte. Frechheit. Das heißt, ich kümmere mich erstmal um den linken Teil hier. Und dann schauen wir nach rechts weiter. So, plombs. Na. Ah, es ist schon cool. Wie das hier alles zerfliegt. Finde ich zumindest. Es ist jetzt aus heutiger Sicht nichts Spektakuläres mehr. Aber es ist trotzdem cool. So, ich muss da rein. Ich bin erstaunlicherweise nicht angeschossen worden. Hallo. Schon wieder so ein Schrankmann. Wahrscheinlich ist er da noch drin, weil er eine verheiratete Frau überfallen hat und dann ein Mann nach Hause kam. Genau das wird es sein. Noch ein Schrank. Schrankmann. Nö. Ich weiß nicht, ob man vorher schon auf die Schränke schießen kann. Ob die Schränke dann sterben. Wäre sinnvoll, wäre realistisch, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber die warten auch nicht so Ewigkeiten da drin. Bis geschossen wird. Ein Hotel. Da war doch jemand gerade, oder? Okay. Ist halt fix, wenn man hier hört, was passiert. Aber sie ist halt nichts. Nein, 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 nein. Wo bist du denn da oben? Hey. Da hinten ist da auch jemand. Genau. Also falls ihr manchmal irgendwas nicht sehen könnt. Ich habe schon die Qualitätseinstellungen meiner Videos hochgeprügelt hier. Weil das stellenweise gerade, wenn hier ganz viel Grünzeug außenrum war, in den Missionen, wo halt viel feine Details sind. Da war die Codierung von den Videos echt schlecht, muss ich sagen. Tut mir auch ein bisschen leid, wenn das zwischendurch sehr verschwommen, sehr schwammig aussieht. Hängt halt immer mit den Datenmengen zusammen, die man da einstellt und wie groß die Dateien dann auf dem Rechner sind und sowas. Bei irgendwie 3000 Videos, die ich mittlerweile habe, muss man dann schon ein bisschen schauen, dass nicht jedes Video 10 GB groß wird, damit die höchste Qualität vorhanden ist. Deswegen kann es immer mal sein, dass das stellenweise etwas niedriger eingestellt ist. Habe ich ein bisschen hochgedreht, weil das sah einfach mal nicht so gut aus. Kommt da jemand von hinten jetzt oder was ist da los? Au! Wo ist denn da jemand? Hallo? Ich weiß, ich stehe auf offenem Feld, aber... Ah, Mann, ey. Da oben ist er, natürlich. So ein Arsch. Tja. Keine einfache Mission, will ich mal behaupten. Ach, der lebt noch, oder was? Nee. Ah, hallo. Hui. Genau, im Gebäude, ich muss sagen, im Gebäude ist mir das dann doch noch am liebsten, wenn man einfach weniger Angriffsfläche hat. Das ist viel besser einsehbar, wer hier alles ist und wer nicht. Weil es gibt ein paar Türen und den Rest sieht man. So. Sehr gut. Und vor allem, wenn man im Gebäude ist, kann man auch besser nach außen schauen. Da ist man besser geschützt. Der Turm ist immer noch da, oder das ist ein anderer Turm, ne? Hallo. Also in diesem Haus kann man wenigstens zu allen seinen Schadungen... Okay, man sieht es links auf dem Radar, von wo man angeschossen wird. Aber auch das hilft nicht. Ist der jemand? Ja. Ja, ja. Da war jemand. Man konnte es wirklich, wirklich schlecht erkennen. Au! Boah, ey. Diese Typen, ne? Voll fies. Ich möchte mich beschweren bei der Rezeption des Hauses, des Hotels. Au! Alarm! Als ob Alarm schreien, was bringen würde. Okay, ach, der hat mich geheilt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Wenigstens hier einigermaßen erkennbar, wer jetzt die Guten und wer die Bösen sind. Also rein optisch gesehen. Okay, da war ich eben gerade drin, ne? Da war ich eben gerade drin, ne? In dem Hotel hier. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ach, der heilt mich die ganze Zeit. Toll. Ich meine, das freut mich natürlich sehr. Deswegen sollte man auch schauen, dass der Medik, äh, leben bleibt. Das hilft meistens ziemlich. Den habe ich doch beseitigt da oben. Ich halte den Rücken frei. Ja, toller Rücken. Ja, toller Rücken. Das ist ja auch. Ich habe mir damals viel Zeit gelassen. Damals. Damit. Und das werde ich jetzt... Ah, da oben auf dem Dach. Bis zumal. Ich wusste doch noch einige Sachen. Wie rum, wenn der da hinkommt. Aber ich kann was wie... Kann ich den nicht treffen? Immerhin, der dreht mir ständig irgendwelche Medi-Packs ein. Das ist super. Ich wäre schon zehnmal gestorben mittlerweile. Also neben dem Zehnmal, die ich tatsächlich gestorben bin. Ja, in die Häuser reinrennen ist immer noch sehr effizient. Und man kriegt einfach mal so ein Nest, einfach mal ausgeräuchert, ausgerottet. Leider haben wir keinen Flammenwerfer dabei. Das wäre der noch einmal die gemeinere Variante. Ich müsste... Müsste ich da nochmal rein? Nee, ne? Hier waren wir, glaube ich, schon drin. Doch, in dem Haus waren wir gerade. Ich werde nochmal ins Hotel hier reingehen. Warum auch immer. Vielleicht, um zu gucken, ob da nicht doch noch jemand ist, der uns... ähm, einen Lolli schenken mag. Vielleicht. Aus lauter Gemeinheit. Damit wir an... Äh, an... Nicht Hepatitis. An, äh, wie heißt's? Diabetes sterben. Das ist dann der langsame Tod. Entschuldigung. Okay, die machen das schon. Siehst du, hier sind nur noch welche drin. Abschießen kann man jeden, aber Diabetes? Daran drauf gehen, das ist schon... Äh, du hast Kriegsmittel. Ein sehr süßer Krieg, muss man dann sagen. Ich weiß, es ist nicht lustig. Die Hepatitis ist nicht lustig. Ähm... Dann halt nicht. Dann gehe ich wieder runter. Boah. Vielleicht ohne Trampolin. Mir fehlt eine Sprinten-Taste manchmal. Man kann zwar langsamer gehen, aber leider nicht schneller, soweit ich weiß. Das gab es damals noch nicht. Damals konnte man nicht spritten. Damals war man langsam. Das ist jetzt hier alles beseitigt. Das ist jeder aus dem Weg. Ja. Gut, das heißt, wir können weiter da. In diese Richtung. Das wird echt eine lange Mission. Ich habe jetzt eine halbe Stunde hier schon für diesen ersten Abschnitt, wenn man das so will. Ich meine, der hat zwar schon einmal nachgeladen, aber... Äh... Normalerweise waren wir immer so bei... Nach einer Viertelstunde und 20 Minuten beim nächsten Text-Screen. Für die nächsten Meldungen. Wobei dann der nächste Abschnitt tatsächlich ein bisschen fixer gehen sollte, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn wir mit dem Panzer dann unterwegs sind. Hier waren wir gerade schon. Ich glaube nämlich, dass wir noch einen Panzer fahren können. Ich bin mir sogar ziemlich sicher gerade mal, wo ich das jetzt hier sehe. Vor allem, wenn wir hier das Panzerteam schon dabei haben, wäre es sinnvoll, wenn wir dann auch Panzer fahren würden. Ansonsten wäre das etwas... Unnötig. Ansonsten hätte man auch ein Synchronschwimmer-Team retten können. Das hätte einem dann genauso viel gebracht. Vielleicht müssen wir dann noch ein Schwimmbad finden. Das wäre auch schön. Das wäre mal ein interessanter Plottwist in so einem Kriegsszenario. Oh nein, wir können diesen Krieg nur gewinnen, wenn wir synchron Ballett aufführen im Wasser. Das wäre zumindest mal was anderes. Und nicht so brutal. Wobei, es kommt darauf an, wie... Ob man während des Balletts beschossen wird. So, war da jemand? Da ist doch jemand. Da war jemand. Ich korrigiere. Aha. Und das Gemeine ist, man sieht ja, wie schnell man hier sterben kann. Ich glaube auch... Oh, hallo. Wenn ein echter Krieg tatsächlich vorhanden ist. Und solche Sachen hier passieren. Das ist... Weiß ich nicht. Irgendwie... Sein Leben aufs Spiel setzen, nur weil irgendjemand... sich irgendwo gut verschanzt hat und eine Sekunde schneller sieht, als man den anderen selber. Das ist... Weiß ich nicht. Das geht mir in den Kopf nicht rein, dass es sowas gibt. Ausgerechnet jetzt! Dass Menschen... das Leben, die irgendwie 20, 30, 40 Jahre lang funktioniert haben, so schnell zu Ende gehen können. Weil da irgendjemand sich... irgendwo verschanzt hat und auf den anderen schießt. Das ist... Ich weiß halt nicht, wie man sowas machen kann. Wie man sich gegenseitig überhaupt erschießen kann. Das ist ja schön, wenn man sich gegenseitig nicht so wirklich ausstehen kann und nicht mag. Aber warum muss man den anderen dann wirklich umbringen? Mal so gesehen. Sagte er, während er einen Shooter gespielt hat. Das sind ja alles nur virtuelle Wesen hier. Ich glaube auch, dass jeder, der solche Spiele spielt, es gut genau unter... äh... es genau genug unterscheiden kann, was jetzt echt... was nur Computerspiel ist. Ich hatte noch nie das Bedürfnis, einen Amokloft zu regieren, zum Beispiel. Mal an... mal so angemerkt. Aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, weil ich Menschen nicht hasse und weil ich... äh... auch von... Und selbst wenn ich jemanden hasse, weiß ich nicht, ich habe nicht das Recht dazu, jemanden dem anderen in das Leben zu nehmen. Ich kann es ihm nicht geben, also kann ich es ihm auch nicht nehmen. So. Davon haben wir mal abgesehen. Hier sind... Ah! Ich bin jetzt gestorben. Und ich weiß nicht mal, wo und von wem. Ach, hallo. Hi, Jungs. Zwei Granaten direkt synchron werfen. Siehst du mal. So, wenn Kriege noch gewonnen werden, Synchronsachen machen. Mimmelschirr! Ich weiß jetzt nicht, wie das... äh... Wenn hier wirklich Leute sterben, wie das ist. wie das... äh... zur Problematik wird für uns. Im weiteren Verlauf. Ein Ziel wurde erreicht. Ahaha. Ziel, den umzubringen vielleicht. Äh... Schützen die... die Panzergeschichten. Okay, wir haben zu viele Mitglieder verloren. Wann habe ich das denn... Okay, ich hätte mal vorher schon mal speichern sollen. Aha! Verdammt. Also jetzt wieder ein... Ah, das ist wieder eine ganze Weile hier. Beides war... Na, so viel war das jetzt nicht. Das geht schon. Lieber Meter da. Nein, 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 nein. Auf die Entfernung nicht treffen. Das sieht nach mir aus. Ja. Ich sollte mehr mit Granaten arbeiten. Glaube ich doch mal sehr. Das würde helfen. So. Komm raus. Ich habe dich gesehen. Da. Da ist auch jemand. Selbst solche kleinen Spalte hier, ne? Das ist halt ein super Schutz. Aber auch, dass die Gegner sich dahinter verstecken. Das ist ziemlich fies. Der gemeine Teil ist halt, dass sie auch nicht ständig und regelmäßig in regelmäßigen Mustern hier hinter der Deckung hervorkommen. So wie man das bei manchen Shootern den Eindruck hat, dass es halt wirklich so Schießstand mäßig ist. Mediziner verloren. Das ist schlecht. Ah. Gut. Gut. Mit Tendenz zu eigentlich total blöd. Dann gehe ich halt nicht nach da oben. Warte mal, warte mal, warte mal. Hm. Ich versuche mal anders zu gehen. Hallo. Nicht dadurch, sondern dass ich hier vielleicht gar nicht so lang wollte gerade zur Granate wechseln. Der hat's auch gemacht. Der hat eine Granate geworfen. Die hat aber nichts gebracht. Ich hoffe, dass da nicht noch jemand drin ist. Ich habe eine Granate gehört. Ich muss da doch wieder rein. hier vielleicht nicht hin, aber ähm. Ach, der war da auf der Rückseite? Okay. Genau, der war da. Das war klar. Der steht auch im Schrank rum. Okay, das Team ist immerhin noch zum Teil vorhanden. Das geht schon mal. Au, 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 au. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Nein, nein, nein. Ja, hilfe. Meine Güte. Oh, war das ein Kumpel? Nee, ne? Nee, auch mal nichts. Das ist schon fies, muss ich sagen. Das ist schon... Ich würde auch sagen, herausfordernd. Gut, sowas halt nicht, aber... Äh, das ist ja auch nicht der Fall. Gerade dieses Ungesehene. Das Gegend ist sich halt wirklich verstecken. Das ist halt fies. Und ich muss sagen, mir kommt das ziemlich vor, als ob das... Ich weiß nicht, ob das eine Illusion ist, aber als ob diese Gegend hier gerade mal relativ groß ist. Da ist der Panzer. Kommen wir relativ groß vor, wahrscheinlich, weil das groß aussieht. Da hinten ist jemand. Aber, na gut, es ist... Es ist zumindest nicht so linear, wie wir an anderen Stellen. Das ist cool. Ich glaube, ich hätte hier gar nicht hingehen brauchen. Ja, wow. Das war ungünstig. Okay, da geht's raus. Das ist gut. Ich... Könnte da hin. Ich will da aber... Ich will da... Ich will nochmal hier schauen. Einfach mich umschauen, was hier noch alles so ist. Granate! Granate! Hä? Ach, hier unten war ich noch gar nicht. Oder? Nee, doch. Nee. Ach, da oben. Och, was ist denn das hier? Wie oft bin ich denn jetzt gestorben heute? Das ist unglaublich. Max. Ah, meine Fräsen, ey. Ich weiß, ich musste nicht hin, aber ich möchte das gerne. Ich möchte gerne gucken, was hier noch so ist. Genau, das war klar. Ich möchte mir diese schöne Stadt angucken. Ich möchte eine Rundführung machen. Au. Wer war das? Wer war das? Boah, wo kommt das her? Meine Güte. Dann gehe ich da halt nicht hin. Meine Güte. Dann halt nicht. Habt ihr davon. So, bitteschön. Dann fahren wir halt Panzer. Panzer. Okay, holen wir uns den Panzer und dann los. Ja. Ich habe ihn. Sehr schön. Dann halt nicht erkunden. Mission erfolgreich. Aha. Schön und gut. Treffer. 47% Genauigkeit. Das ist schön. Die Jagd nach dem Königstiger. Britannien, Frankreich. Bla. Gute Arbeit, Paul. Sie werden auf dem Weg nach Brest durch verschiedene von den Deutschen besetzte Orte fahren. Wir haben also noch keinen Grund zum Feiern. Die Feuerkraft des Königstigers ist enorm. Kein Panzer ist besser gepanzert als er. Allerdings ist er aufgrund seiner geringen Geschwindigkeit ein leicht zu treffendes Ziel. Gefährlich können ihnen vor allem Tiger I und Panzer, also Tiger I und Panzer IV Panzer. Panzerschreckeinheit nur unter 88 mm geschützt zu werden. Der Tiger I. Das Vorgängermodell des Königstigers ist schlechter gepanzert, hat aber dasselbe Geschütz und denselben Motor. Wenn sie einen Tiger I zerstören möchten, sollten sie ihn treffen, bevor er sie trifft. Dadurch gewinnen sie wertvolle Zeit und können nachladen, während sich die Besatzung des gegnerischen Panzers von ihrem Treffer erholt. Panzerschreckeinheiten verstecken sich in der Regel in Gebäuden und warten, bis sie an ihnen vorbeifahren. Zerstören sie verdächtiges Gebäude deshalb so schnell wie möglich. Ach, und machen sie sich keine Sorgen zu um Zivilisten. In den Ruinen dieser Stadt lebt niemand mehr. Das ist natürlich praktisch. Die 88 mm Geschütze reich, kennen sie ja schon aus Bokage. Ihre Schützen verlassen sich auf ihre Tarnung und eröffnen im richtigen Moment das Feuer. Halten sie also Ausschau nach diesen Geschützen. Ja, äh, warum die warten, dass die an einem, also dass wir an denen vorbeifahren, ist wahrscheinlich daran, weil Panzer hinten schlechter gepanzert sind als vorne. Deswegen haben die von hinten mehr Chance, weil so ein To-Go-Mitnehmen-Geschütz, so eine Panzerfaust, ist halt nicht so stark wie so ein Standgeschütz. Und der wird auf den Panzer fahren, wenn auch die Sicht ein wenig komisch ist, weil wir die ganze Zeit so einen ollen Stängel vor uns haben. Und wir keine andere Perspektive haben, meine ich. Aber stimmt, die Mission hatte ich halbwegs vergessen, das stimmt. So. Halten sie die Springtaste gedrückt, um das Geschütz auszurichten. Geht es dann schneller oder was ist da los? Okay. Interessant. So, Gebäude zerschießen können wir auch. Was ist ein wenig lustig gemacht? Und? Ah, toll, das geht genau nicht. Toller Effekt. Na. Also manche Gebäude zerfliegen, manche nicht. Das ist ein bisschen... Schade. Wir sind nicht an dem vorbeigefahren. Hallo. Der darf nicht auf uns schießen. Oh yeah. Die Gesundheit ist ziemlich hoch, da passiert nichts. Wobei ich nicht weiß, ich glaube, das wird uns gar nicht angezeigt, wie die Gesundheit ist. So. Sonst ist man in der Gesundheit... Ich weiß nicht, ob sich das auf den Panzer tatsächlich bezieht. Das wäre ein bisschen komisch, wenn ich eine Lebensanzeige hätte. Ich glaube, überfahren können wir die einfach auch. Okay, die Lebensanzeige passt doch zu uns. Yay. Ach, verdammt. Ach, da ist ein dickes Geschütz. Na, super. Vielen Dank auch. Au, ich fang gerade ein bisschen ungünstig. Ja, die Kleinen, die machen da nichts. Ich habe aber echt wenig... wenig Leben, wenn man das so nennen will hier. Der erste Panzer hat kein Leben, aber wenig Gesundheit. Es ist... Auch Panzer sind nicht gesund. Man soll es kaum glauben. Den habe ich gesehen. Haha. Also, man kann hier deutlich vorsichtiger vorgehen, als ich es gerade tue hier. Das ist eher so eine... Rambo-Mission, die ich hier gerade durchführe. Aber bisher funktioniert es. das ist jetzt... Okay. 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 Correct.